Es vergeht immer so viel Zeit, sodass man sich auf Wirklichkeiten mäßig schon wieder fragen will, was denn hier für Zeit stetig real und wahrscheinlich am Start war. Ach, ich meine, es ist mir bleibt gerade mal klar, dass ich da in Chintias Hardware mit mir bleibe, eine Weile und natürlich auch mir die Zeiten vertreibe. Während ich jetzt schon wieder überlege, dass ich breit sein soll, so wollte ich hier noch verteilen, als es so weit geht. Wahrscheinlich einfach nur die eigene Zeit, sodass ich dabei die Rhymes hier schon wieder stetig schräg habe, das ist natürlich auch so überlegt gerade, was ich mir so gegeben habe, ist natürlich einiges an Zeit, doch momentan ist der Zeit verbleibend natürlich auch in so einem Ort, wo die Zeit vertreibend ist, ich schon wieder irgendwie nicht wirklich vom Zeitvertreiben der Daten geht. Okay, dann war das halt kein gerade in die Rhymes Saison, einfach nur das, womit ich mir schon wieder gehe. Und so, dass wenn ich hier jetzt schon wieder eine andere Stelle verarmen will, das zeigt immer wieder, dass ich mich hier gerade nicht fühle und zwar nicht wohl, denn ich habe hier einiges in den Pult schon wieder vorgefunden, doch momentan wollte ich, dass ihr ja so sportlich natürlich auch vermogen habt und natürlich auch ordentlich gemacht, denn ich habe hier kein Schwachung mehr für den Laden geboten, sondern einfach nur wieder an das Niveau eines Menschen, der natürlich auch am Kämpfen ist mit dem Rap-Singen soll, wenn ihr das schon wieder dämpfen möchtet, und da wahrscheinlich selbst eigentlich nicht geschäftlich, sondern einfach nur schon wieder ein Business-Technisch, irgendwie wie Verräter, die letzten Endes nicht soll los sein, als sie haben uns selbst geschweinend, wie der Mahl, halt die Konkurrenze, und wahrscheinlich wollte ich den Konkurrens gehen, selbst nicht, dass ihr so schon selbst feiner will, aber egal, weil ich die meisten strafe werden soll, ich alles an den Stärk eins geschwapel, alles vorbeigeht, das ist nämlich nicht so mein Weg, und ich weise darauf hin, dass ich nur einmal leicht schräg bin, allerdings ist das meine Kämpfe auch, und deshalb denke ich mir, letztendlich muss ich rausche und mich dabei nicht einmal weh, sondern als reiber stetig, einfach nur KB, ca. 6,56, und dann bin ich natürlich auch schon eher kasselig, aber fangen wir mit dem Fußauspiel, ob das noch gründlich ist, und wir doch schon eine gute Sache anfühle sich grad, denn es ist natürlich nur ein Hilf-Hopps, den ich hier so betreiben will, denn ich habe ja eine Gis-Hop-Rinds-Kill gehabt, noch nur ein Tanzmobil irgendwie getaunt von irgendwelchen Vollidioten, sodass ich da schon wieder kaum was anderes bringen kann, als diese Vollidiotens-Scheiße gehen, umso denke ich mir nicht den Preis gegeben, natürlich auch schon wieder von der Konkurrenz, letzten Endes gelänzt, aber egal, ist alles nur Hardcore-Foodstyle, jeden Fall ist es nur gleich, weil ich natürlich auch viele erreicht habe, und dann packen wir schon wieder, wer geht hier über meine Foodstyle, es hat wahrscheinlich nur noch mehr, außer mir gerade her, während ich natürlich auch viele Leute hör, allerdings nicht gerade hab gehört, sondern einfach nur schon wieder das, was sie so zu bestimmen, wie zum Beispiel mein Kersel, und dann habe ich seit Wichern, und dann kann es jetzt nur haben, und dann kann es jetzt nur haben, und dann kann es ungefähr so mehr, oder doch nur wie ein Wahnsinn, und dann kann es nur mehr, oder doch nur wie ein Wahnsinn, wahrscheinlich ist das hier schon wie der Grad einfach nur schon wie der, der Grad, der natürlich auch sehr schmal ist, und dann ist nicht der schmale Grad, sondern einfach nur schon wieder der Wahnsinn schlichtweg an und für sich gerade, denn es ist so bleibt ja schlichtweg nur Hip-Hop, und kein Dichter-Treck, sondern einfach nur das, was ich dichte und das ist kein Dreck, sondern direkt nicht Whack zu nennen, auch wenn ich weiß, bin denn in Phasen allerdings könnte das so rasend wie es sein, natürlich nur mal wieder als Brader sich betrachten, und dreh sich nicht rasend, und dann waren die Phasen bis 20 da schon wieder, allerdings auch nur aufgrund dieser Verarschungskrieger, die ständig meinen, die über mich in Weckesatz zu steilen, sodass ich da schon wieder was drin und reinbringe, wahrscheinlich einfach nur den krassesten Scheiß, und ihr könnt es nicht anders verfassen, als sie das das meistdingen, nämlich einfach nur mein fleißigem Dasein eben in Weckesatz, das schon wieder einfach nur der Freestyle number one genius hardcore, und die können nicht klar mal kommen, sondern seid ihr einfach nur schon wieder so genommen, ach so, ihr wollt nicht mal vorkommen, dann seid ihr nicht nur in Ordnung, sondern einfach nur Whack zu nennen, kapiert ihr es jetzt, denn ihr seid nicht direkt, sondern einfach nur schon wieder so suspekt und so asozial, nur mit Geistern aktiv, wie Whack und Weak ist das, denn wahrscheinlich einfach nur so, dass das höchstens Pussys machen, und ja, ich weiß, das ist sehr sexistisch, aber trotzdem bin und bleibe ich jetzt echt frisch mit diesem Shit jetzt, denn ich weiß, das garantiert ist das noch echt, selbst wenn es letzten Endes die Weiberwelt schon wieder angeht, sorry ladies, aber irgendwie sind die Tracys babies immer noch und da, und ich denke mir schon wieder, was für ein Scheißler habe ich da jetzt, hat man wahrscheinlich das gerade mal, egal welchen Typen okay, die Blüten waren da, okay, dann war es auch schon wie ein genius hardcore.